Hallo! Hallo! Heute Teil 6 von 1000 Fischer TV. Heute geht es um die tolle Anfängerart von, äh, die tolle Anfängerart Madonius Parilis Akutikonus. Vorher möchte ich noch etwas sagen und zwar sind wir hier noch bei Lara Marie, weil wir erst heute Abend zu mir fahren. Und das haben wir jetzt getauscht. Eigentlich wäre heute Lebensraum und Verbreitung da, aber wir können das nicht machen, da... Und meine lieben MPAs, also Madonius Parilis Akutikonus, die schon sehr groß waren, genau so alt wie meine leider, leider gestorben sind. Also haben wir jetzt hier nur einen sehr kleinen und ausgewachsenen. Ja, also ich würde mal sagen, wir legen mal los, ne? Ja, legen wir los! Also Madonius Parilis Akutikonus leben in Kongo, Kamerun und an der Elfenbeinköste. Dort leben sie in Trockensavannen mit Regen- und Trockenperioden. Sie werden bis zu 25 cm groß, ähm, sind massiger als Eichyspirus treptus gigas. Ähm, der Körper ist schwarz und die Beine sind braun. Äh, die Männchen sind, wenn sie adult sind, äh, kleiner als die Weibchen. Ähm, ist eine schöne Anfängerart. Scheiße! Sie sind eine schöne Anfängerart. Entschuldigung! Sie sind einfach zu halten. Ähm, hat er sich wieder fein gelassen? Feinlich. Geht's dir gut? Sie geben kein Wärsekret ab. Und wenn sie adult sind, sind, wenn sie adult sind, dann sind auch kein auf der Oberfläche. Und klettern auch viel. Ähm, sie fressen, äh, Laub und Totholz, was immer vorhanden sein muss bei Tausendfüßen. Der sieht irgendwie ziemlich abgeregt aus. Ähm, armer Typ. Ähm, Obst und Gemüse fressen sie genauso gerne und Proteine auch. Bei uns fressen sie gerne Gurke, Apfel und Fischfutter. Und, ähm, Zucchini. Ähm, ja. Ja, ähm, sie sind sehr einfach nachzuzüchten und in den Larvenstadien gibt es kaum Ausfälle. Ja, alles in allem. Eine schöne Anfängerart. Und sie sind, haben eine Ähnlichkeit mit Archispyrus, Treptus, Gigas. Sind nur etwas kleiner. Ja, ein paar Zentimeter. Ja. Oh, nicht viel. Sechs Zentimeter ungefähr. Mösten wir noch was sagen zum Gewinnspiel? Ja, es hat noch niemand angerufen. Äh, es hat noch niemand angerufen. Wir haben auch niemand die Telefonnummer gegeben, aber sonst passt das schon. Wir wollten nur mal sagen, also eigentlich sollte ja heute Abend um 21 Uhr das Gewinnspiel enden. Das Problem ist, dass noch keiner mitgemacht hat. Also machen wir es bis Mittwoch. Also wir verlängern das bis Mittwoch. Ja. Heute ist der wievielte? Der neunte. Äh, dann verlängern wir es bis Mittwoch, den 11.04.2012. Ja. Macht bitte mit. Jetzt müssen wir den alleine essen. Hm. Okay. Den schönen Osterhasen. Ja, ich denke wir machen heute noch ein Tausendfüßer Privatvideo. Im Auto. Im Auto auf der Fahrt nach dahin, wo du reden wohnt. Wir sagen natürlich nicht den Ort, nicht, dass der da noch hinkommt. Also, es ist irgendwo in Deutschland. Naja. Irgendwo. Okay, hören wir auch mit dem Quatsch hier. Okay. Wir wünschen euch noch einen schönen Montag und bis morgen. Okay. Tschüss. Tschüss.